Ja, es muss also eine Lösung geben. Ah, komm, das passt doch. Nee, tut's nicht. Doch, tut's. Klar. Naja, tut's nicht. Okay. Ähm. Irgendwann überlegen. Zack. Eigentlich passt das. Warum nicht? Nicht. Das geht schon mal gar nicht hier. Ja. Dass man die Formen muss, das muss doch wirklich. Keine Ahnung. Hm. Boah. Was weiß ich denn? Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. So, war hier jetzt noch irgendwas offen? Ja. Natürlich. Ach, genau. Die Tür. Bisschen unnötig, dass man sie irgendwie aufmachen muss. Na los. Seht ihr das? Was? Ich bin grad den Schatten ausgeglichen. Hö. The fuck. Easy. Ist ja nur Schatten. Was? Muss ich mir den Baum einfach angucken? Da muss ich irgendwas. Äh. Da muss ich irgendwas. Äh. Ja. Ja. Ich, ich... Muss man das vielleicht übertragen auf das Ganze? Äh. Macht aber auch keinen Sinn. Welcher Baum ist das? Oh Gott. Da muss ich ja umdenken. Ähm. Oh. Ja. Jetzt können wir schon. Ja. Ja. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ja. Also. Die Kante sehen wir da. Und wir haben... Oh Gott, wieso müssen wir denn... weit umdenken hier? Wegen... Achso, die... Ja. Ah. Deswegen geht die Tür immer zu. Okay. Wir haben kurz Zeit. Könnte ja auch so einfach sein, ne? Es könnte ja auch so einfach sein. Smart Entwickler. Sehr smart. Hä? Warum klappt das nicht? Muss ich nochmal machen. Kann ich, habe ich was krasses übersehen? Hm. Bestimmt, ne? Okay. Okay, hier unten einfach. Ich muss nur, wie gesagt, den Schatten folgen. Okay. Was? Achso, wir müssen mal gucken. Aha, okay. Also hier lang? Ja. Oha. Wo ist das Ziel? Achso, da oben. Top. Yes. Schwierig. Schwierig, schwierig. Schwierig. Ist das? Ja. So, jetzt muss ich mal kurz nochmal belegen. Okay, da ist auf jeden Fall ein Ast vor. Deswegen. Ich bin auch nicht durch. Verdammt. Hä? Warte mal. Starten hier. Und nun? Hier ist noch einer, ne? Okay. Äh. Start. Oha, ein kaputtes Gitter, ey. Ähm. Hier ist das noch. Jo. Müssen wir da den jetzt folgen? Ich finde, das sieht so aus. Das ist übrigens nur Ablenkung, weil ich so viele Rätsel nicht lösen kann. Oh, fuck. Zu früh. So, 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 und so. Das ist dann. Oh, fuck. Das wird aber langsam sehr abstrakt. Boah, wenn wir. Was ist unten dann? Heißt das jetzt, er geht hoch oder geht er? Ja, guck mal, der geht doch sowohl da... Achso, weil der... Ja, okay. Noch einer? Da. Okay, was ist das Ziel? Da. Was? 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 Wieso nicht? Hä? Was? Stehe ich nicht? Schade. Okay. Hoch, hoch, genau. Kurve, nach oben, zack. Wo müsste das eigentlich? Ich folge erst... Nein, es macht keinen Sinn, dem zu folgen. Nur mal hoch. Es sind halt zwei komplett verschiedene Äste. Eigentlich zählt das schon mal gar nicht. Okay. Ja. Danke, Entwickler. Okay, jetzt wohin? Ich weiß es nicht. Die, die haben wir. Oder nicht? Ah, das Tor ist auf. Okay. Wandelt auf Schatten und wandelt wahrscheinlich sowohl Schatten als auch Licht oder was? Boah. Boah. Ähm... Kann man die Tür wieder zumachen? Kann man durchgucken, wo das... Ich muss wissen, was für ein Baum das ist. Klappt das ja nicht, ne? Der kringelt sich so. Hm. Also, der geht. So, der geht auf jeden Fall hier so. Irgendwie so um den Dreh muss der ja... ...ungefähr laufen hier. Das andere Tor nicht nur auf? Boah. Boah. So, der geht. No. No. Okay. Oh my. Hm. Mach mir das noch nicht so schwer, Game. Kann man das andere Tor nicht... Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir noch eins? Fehlt uns noch eins? Geht dann jetzt vielleicht das andere Tor auf? Muss ich wohl nochmal gucken. Oh, es ist nur ein Kabel, ne? Das heißt, ich muss bestimmt noch woanders was machen. Aha. Oh Gott. Das ist ja... Das ist mein Ziel. Unten rechts. Hm. Okay. 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 So. ich gucke uns mal von vorne an also es müsste ja ist die frage ob wir nach oben von oben der weg ist klar jetzt weiß ich oder weiß ich nicht und wenn der an den anschließt dann gehen wir noch einen nach rechts an okay so genau da ist natürlich auch was lösen es ist schwierig das ist jetzt schwierig vielleicht noch nie ein weiter vielleicht so könnte es sein und das ist es auch der für kurios muster obwohl wir das im verdeckt klar von da auf der einen seite da war ja so